Wir sind jetzt hier an der Kinopremiere von Ghostbusters, dem neuen Film. Geil! Boah! Bernd Egger, Synchronspräger von Arnold Schwarzenegger, Dan Aykroyd und... Sylvester Stallone manchmal. Ich kann es auch! Wenn du sie geliked, dann machen wir eine Runde mit dem offiziellen Ghostbusters Filmauto. Sehr krass! Das könnt ihr nachher alles nehmen, dann gehen wir hier in den Film und schauen. Hallo miteinander! Hallo! Ihr seid die allererste in der ganzen Schweiz, der den Film Ghostbusters Frozen Empire als Erste gesehen. Ich meine, jetzt darf ich euch Spezialmarschmallows während Hunger. Okay. Feedback sind vom Film. Spannend. Gut. Gut. Mega cool. Folgt alle Steve Merson. Parkside, du packst das!